Es geht wieder los, die Purge wartet, all diese verlorenen Seelen auf der Suche nach Erlösung. Sie glauben, dass ihre Waffen, Fahrzeuge und Rüstungen ihnen Schutz geben würden. Die Wahrheit kommt sie herein in den Messer ausgerüstet. Schneller, stärker oder einfach nur skrupelloser ist und am Ende bleibt nichts mehr von dir übrig. Ich sammle lieber ein, was übrig bleibt. Die Schwachen, die zähen Bastarde, die nicht sterben wollen. Die, die den Purge in ihrer Erlösung gesucht haben und sie nicht gefunden haben. Und die, die einfach nur flüchten. Flucht ist zwecklos in dieser Nacht. Flucht ist zwecklos in dieser Nacht. Flucht ist zwecklos in dieser Nacht. Die, die sind vom Erlösung. Vielen Dank.